Und zwar, ich habe von Gregor irgendwann gehört, dass er besser Fleischbocken kann als mein Beatboxen. Deswegen freue ich mich hier jetzt heraus. Ihr seid ein Applausometer. Je höre der Applaus ist, dass du bei Songs gerade erinnigst. Wir gewinnen. Schöööööööööööööööööööö! Ok, meatboxing versus beatboxing, das duels, epic, dofting, mad at the brincade. Fangen an! Auf Trauma fangen an! Die Boxen, die Boxen, die Boxen! So, passt auf... Böb, böb, recommandarlo Böb, recommandarlo Oh Oh und 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 Echt gut. Echt gut. Echt gut. Spannend. Spannend. You piss me off. 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 Stabbinger. So. Wasenoch. Das hier ist so wie bei DSTS. Ihr entscheidet sich. 1. Klatschen. 1. Klatschen. Für dich ist es auch so wichtig. Servus! Ich muss sagen, du hast so viel Attitude, wenn du das bist und ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert von dir. Du kannst ... deine Haare wie die stehen, das finde ich unglaublich. Du hast deine Kopfhörungen, wow, aber leider sind deine Eltern nicht geschüben, zum Kriegst du mal nein. Und du, ich muss sagen, wunderschön, wenn du nicht bist, wenn du nicht stehst. Du sagst, mein Blutkopf, passiert das? Nur wer, wer alle Gastarbeit ist? Ich glaub ich das jetzt. Ich mach doch weiter, ich kann doch nur einen mitgucken, bis das ist so gut. Er mag dich nicht, weil du schwachst. Er mag dich nicht, weil ich es bin nicht so spass. Bist du blind? Ja, ich bin blind. Ich kann nicht weg, ich bin sehr und schwach. Du machst keinen, du machst keinen noch spass. Ich bin wirklich. Ich bin ganz gelb und schwach, das ist nicht aus ihrer Füße, das ist nicht aus ihrer Füße. Wenn man sagt, dass du rassiatisch oder aus dem Kampf vergangst. Du sagst ja, weiß ich nicht. Ich finde dein Bart rumlaufen. Nee, du schiffst mir an, ich hab den extra nicht. Ich hab einen Enten, die... Das ist Illumorz. Das ist Illumorz. Der neunten Pokéball ist in Illumorz. Okay, es ist passiert, die Flanarkrolle. Illumorz, Pänse, Vertacker! Myöstern. Und diese Bilder sind. Untertitelung des ZDF, 2020